Herzlich Willkommen, Julia Reichert. Julia! Schön dich wiederzusehen. Ich habe bisher alle Kandidaten umarmt. Du darfst mich auch umarmen. Ja natürlich. Ach Gott, kaum fragt man dreimal, dann wird man einmal umarmt. Das ist nicht wahr. Bitte schön. Julia ist nicht zum ersten Mal da, deswegen sind wir so alte Buddies. Hi, freut mich. Sie war hier, da war sie noch ein Kind. Shea war schon groß, ich war auch schon groß. Guck mal, da haben wir sie im Bild. Da hast du die Kinderwette mit Will Smith. This is Will Smith, that's me und das ist Julia. Hier die Kleine. Ich war aber nicht alleine damals, ich hatte ja meine 500 Schotten dabei. 500, 100, das waren nur 100, Entschuldigung. Sie hat sich mit Schottenröckenstoffen ausgekannt damals. Genau, ich habe die 100 am Rock erkannt damals. Kannst du dir ganz besonders gut Muster merken, denn das ist ja auch eine Wette, die mit Muster zu tun hat. Wir erklären jetzt mal, wie aus Wetten Strichcodes werden, sei mal so lieb. Ich habe es nicht begriffen. Ja, gerne. Vielleicht anhand des Videos von der damaligen Wette. Top, die Wette gilt. Genau, also man kann sich das jetzt so vorstellen, im Supermarkt ist ja auch auf jedem Produkt so ein Barcode drauf. Und diesen Strichcode kann man aus jedem x-beliebigen Video erstellen, weil jedes Video besteht ja aus vielen Bildern und jedes Bild wieder aus ganz vielen verschiedenen Farben. Und wir haben hier jetzt alle halbe Sekunde aus den Wettvideos eine Durchschnittsfarbe ermittelt und diese Durchschnittsfarbe anhand eines Striches dargestellt. Und diese Striche haben wir am Ende aneinander gereiht und dadurch ergibt sich dann für jede Wette ein individueller Strichcode oder auch Barcode. Und hier werden wir jetzt gleich den sehen von unserer damaligen Wette. Genau, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wenn der Strichcode irgendwie lila ist, heißt das nicht, dass du einen lila Anzug anhattest unbedingt. Es kann auch sein, dass viel blau und rot vorkam. Es ist ja immer eben die Durchschnittsfarbe gewesen, aber so hat man immerhin schon Anhaltspunkte. Tja, das ist deine Wette. Did you get it? No. Nein. Ich gehe mit Julia mal rüber ins Wettbüro und dann gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen auf der großen Wand an. Sehr gerne. Und dann werden wir Cher nochmal eine Chance geben, sich dazu zu äußern. Julia, komm mit mir. Moment. Kalte Hände hast du. Ja, das sind wir. Sind das Arbeitskollegen von dir oder Verwandte oder warum regen die sich so auf? Du, das ist meine ganze Familie, Freunde, Nachbarn sind dabei. Danke fürs Kommen. Also, schön, dass ihr da seid. Jubelt ihr bitte zu. So. Hier haben wir eine weiße Wand erinnert, ein bisschen an Matrix. Ja. Wir werden jetzt 216 Strichcodes auf uns zukommen sehen. Und es ist mir unglaublich, wie jemand aus diesen Strichcodes Wetten erkennen kann. Wir gucken uns bitte die Strichcodes mal an. Die Strichcodes bitte, hier kommen sie alle angefahren. Das sieht ein bisschen aus wie Farbmuster in einem großen Farbengeschäft. Jeder Strichcodes steht für eine Wette und du behauptest zu wissen, welche Wette es ist und in welcher Stadt sie wann stattgefunden hat. So ist es. Das halte ich für sehr verwegen. Bin mal gespannt, wo habe ich denn meinen Wetteinsatz? Der liegt da auf dem Stuhl, da muss ich ihn finden. So. Chair. Du musst gleich deine Tipp abgeben. Wenn du deine Wette verlierst, musst du passen zu deiner Weihnachtscd. Und du bist ja auch ein großer Fan der Weihnachtsmärkte, wie alle Amerikaner, die nach Deutschland kommen. Lebkuchen, weihnachtlich und chair-typisch dekorieren und im Publikum verteilen. Dann könnt ihr einen Lebkuchen von Chair mit nach Hause bringen, wenn ihr Glück habt. So. Das wäre also der Wetteinsatz von Chair. Meine Frage. Schafft sie es oder schafft sie es nicht? Kann sie sich an 216 Wetten erinnern und jeweils die Stadt nennen, wo diese Wette stattgefunden hat und auch noch die Wette erkennen an diesen Strichcodes? Ja. Ich habe Vertrauen in sie. Da bin ich mal gespannt. So. Also. Wir haben ja von den Regeln her fünf ausgemacht. Du darfst einmal daneben liegen. Also fünf aus sechs. Wir würden dir sechs anbieten, wenn es nötig ist. Ja. Unser Gockel vom Anfang hat natürlich seinen Bonus gar nicht gebraucht. Wir machen mal den ersten Versuch. Hier ist der erste Strichcode und ich muss natürlich mein, das ist das letzte Mal übrigens. Da muss ich mir jetzt Zeit lassen. Ich werde es nur noch privat sagen. Top. Die Wette gilt. Ihr wart dabei. So. Ich habe damit nichts zu tun. Es gibt einen gewissen Zufallsgenerator, der die Wetten zuspielt. Ich bin mal gespannt, was kommt. Ich werde mitraten. Ich hoffe, ich war dabei. Das hoffe ich auch. Ich hoffe auch. 216 Wetten. Ich habe ja gar nicht so viel gespielt. Da war Frank mit dabei. Da war der Kollege Lippert mit dabei. Markus Lanz hat ein paar Mal sehen, was kommt. Bitte jetzt die Wette Nummer eins. Und dann gucken wir, ob Jula mit dem Strichcode klarkommt. Ob sie uns ein Datum nennt und eine Stadt. Lass mich mitraten. Ja, gerne. Siehst du was? Ich sehe nichts. Ja, ein Haufen bunter Striche. In der Tat. Ja, okay. Das war der 25.01.2003 in Böblingen. In Böblingen. Da war ich. Das ist richtig. Aber die Frage ist, welche Wette ist das? Die war ganz lecker, die Wette. War das eine leckere Wette? Dann gucken wir mal. Das war eine leckere Wette, jawoll. Die Kandidatinnen haben gewettet, dass sie mit verbundenen Augen 100 Schnuller am Nuckeln, am Geschmack erkennen können. Ich kann mich an eine ähnliche Wette erinnern. Ich kann mich sogar an diese Wette erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, ob sie in Böblingen war. Wir gucken mal, ob das Datum stimmt. Und wir gucken mal, ob das tatsächlich Damen mit Schnullern sind. Wir lösen die Strichcodes wieder auf. Tatsächlich. Das kenne ich. Aber immer abwischen vorher. Richtig erkannt. Fest schaust du aus. Nicht schlecht. Und es war tatsächlich richtig. Es war in Böblingen und das Datum hat auch gestimmt. So. Das war ein toller Einstieg. Wir kommen zum Strichcode Nummer zwei. Mal sehen, was ins da blüht. Ziemlich viel blauer. Ja. Blau ist auch schwierig, weil es echt sehr oft vorkommt. Kann auch oft für eine Wette stehen, die mit Wasser zu tun hat. Hier haben wir auch noch Brauntöne mit drin. Gar nicht so einfach. Ich bin mir echt nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen, es war der siebte Elfte. Der siebte Elfte. In Braunschweig. Aber das Jahr habe ich noch nicht. Der siebte Elfte 2009 in Braunschweig. Ja, es war nicht Blauschweig, sondern Braunschweig. Du hast völlig recht. Damit liegst du richtig. Jetzt möchte ich noch die Wette wissen. Das war eine Baggerwette, wo der Kandidat gewettet hat, dass er mithilfe seines Baggers Bälle in einen Basketballkorb werfen kann. Dann schauen wir mal, was aus dieser Wette wird. War die Basketbälle blau oder war der Korb blau oder war der Bagger blau? Irgendwas muss blau gewesen sein. Richtig. Wette gewonnen. Das sind alles gewonnene Wetten, die wir bis jetzt, das sind alles Wettkönige gewesen. Das sind alles Wettkönige, deshalb auch die 216. Aber es können auch Verlorene dabei gewesen sein. Es wurden ja einige verloren und trotzdem Wettkönig. Wette Nummer drei. Interessante Farbe war? Siehst du das nicht, welchen Anzug du anhattest? Habe ich einen Anzug in der Farbe gehabt, um Gottes Willen? Nein, das war ein Scherz. Es tut mir leid, das sieht man wirklich nicht im Bild. Aber der Code, also diese Farbe mit Orange oder Rot und Gelb, das spricht meistens tatsächlich für Mallorca. Ach was. Und diese hier war auch auf Mallorca. Und zwar war das am 23.05.2010. Mallorca. Das stimmt, da war ich in Mallorca. Das war nach meinem Geburtstag. Da bin ich mal gespannt, wie ich mit 60 ausgesehen habe. Und die Kandidatin hat gewettet, dass sie mit einem 50 Kilo schweren Reifen, also ich glaube ein Traktorreifen war das, Hula-Hoop tanzen kann. Echt? Ja. So Frauen kenne ich. Das muss wehgetan haben. Da bin ich mal gespannt, ja. Das hat sie geschafft. Mit einem Traktorreifen Hula-Hoop erscheint mir schwierig zu sein. Ich kann mich an die Dame weder an den Reifen noch an die Dame erinnern, aber ich kann mich gut an Mallorca erinnern. Dadurch nehme ich einen Bandscheibenvorfall. Oh wirklich. Okay. Möchtest du die Geschichte nachher erzählen? Ja. Das klingt schmerzhaft. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, fünf, zwei, fünf... Oh dasicus ist ein bawer. Ja, ein liebender Mann. Ich hatte da tatsächlich einen Bandscheibenvorfall am Tag der Sendung. Und das war verrückt, hat mir der Arzt ein Zäpfchen gegeben. Und das hat er mir mitgegeben. Ich habe gedacht, das nehme ich kurz vor der Sendung. Aber es war so, da hat mir das ZDF, mickrig wie die sind, zu einem Wohnwagen ohne Kühlung gegeben. Und da war es dermaßen heiß, als ich mir das Zäpfchen heute Abend, da war das so eine glibberige, das konntest du gar nicht mehr. Das war flüssig. Da habe ich gedacht, ein Tropfen geht ja nicht. Dann habe ich es eine Stunde in die Tiefkentruhe gelegt, habe so eine Rakete draus geformt. Das war smart, ja. Und habe mir dann so einen Eiszapfen da reingeschmissen. Aber in der Sendung hat man nichts gemerkt. Nee, wirklich nicht. Hat man nichts gemerkt. Nee, aber das war die Mallorca-Geschichte mit dem Zäpfchen, ja. Ja, okay. Dann war das nicht nur für dich schmerzhaft. Aber ich will dich nicht ablenken mit solchen Geschichten. Ja, tu, alles gut. Das wäre dann wahrscheinlich eine eher farblich, naja. Du, wenn es noch eine Show geben sollte, dann lerne ich die Facts dazu, ja. Dann sage ich Ort, Datum und was dir noch passiert ist. Die Leute glauben ja nicht, dass es meine letzte ist, aber ich habe mich da wirklich dafür entschieden. Aber nichtsdestotrotz... Würde ich machen. Ja, okay. Du bist die Erste, die sagt, mach doch weiter. Ja, klar. Jetzt sind es schon zwei. Naja. Die nächste Wette, lassen wir uns nicht ablenken. Die hat tatsächlich mit Wasser zu tun. Das ist sehr blau, eine blassblaue Frauenhandschrift sehe ich da. Und ist auch schon länger her. Bei mir ist alles länger her, befürchte ich. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob du dabei warst, bin ich mir nicht sicher. Müssen wir gucken. Vom Datum her war ich, glaube ich, noch nicht dabei. Da war ich noch ganz klein. Ja, okay, okay. Dann würde ich, oder ich denke, das war der 14.04. 1984 in Saarbrücken. Da gab es Saarbrücken schon, ja. Und bei dieser Wette hatte der Kandidat eine Wurfangel und an dieser Wurfangel ein Gewicht. Und damit musste er in ein kleines Goldfischglas treffen, das mehrere Meter weit entfernt war. Und beim zweiten Versuch hat es auch geklappt. Da war ich nicht dabei. Ich bin mal gespannt. Ich kann mich an Saarbrücken zwar erinnern, da gab es ein sogenanntes Schwimmschiff. Da haben wir nach dem, nach dem Proben immer Abend gegessen. Das war so ein Schiff, da war ein Restaurant dran. Aber 1984 war das, glaube ich, noch nicht. Da bin ich mal gespannt, wie die Wette jetzt aussieht. Saarbrücken 1984. Das ist Frank, das habe ich schon sofort erkannt, Frank Elstner. Ja, das ist natürlich verrückt. Der hat die besten Wetten gehabt. Ja, Wahnsinn. So, und das wäre jetzt, das waren vier, jetzt kommt die letzte, wenn du die gewinnst, dann hast du deine Wette locker gewonnen. Ich bin mal gespannt, was der Zufallsgenerator uns jetzt schickt. Abgeschossen, auch relativ braunlastig, erdfarben betont. Ja, die ist insgesamt, ist der Strichcode hier recht dunkel. Und das lässt eigentlich immer auf eine Außenwette schließen, weil die meisten Außenwetten waren irgendwie bei Nacht oder am Abend. Und die ist auch noch nicht so lange her, also relativ. Und das war am 13.12.2014 in Nürnberg. Das Datum stimmt, die Stadt stimmt, jetzt gucken wir, ob du die Wette auch hinkriegst. Da ist der Kandidat an einem Parkhaus von außen hochgeklettert und das Ganze dann auch wieder rückwärts runter. Und er hat es geschafft, schneller als ein professioneller Rallye-Fahrer. Er war sogar Weltmeister, glaube ich, im Rallye-Fahren. Da bin ich mal gespannt. Also Hauptsache es läuft ein Parkhaus hoch und es war in Nürnberg. Das wurde mir bereits bestätigt, dass es Nürnberg war. Ja. Ja. Verrückt. Ja. Er ist unten. Wette gewonnen. Ja. Das ist egal. Danke dir. Danke dir.